Was ist das für die Bildung? Das würde dann eben auch bedeuten, dass beim Kooperationsverbot nicht nur nach § 91b, sondern auch der 104 mitfinanziert wird und das würde dann eben auch bedeuten, dass klar würde, in den einzelnen Bereichen wäre mitzufinanzieren, wäre eine Abstimmung zu treffen zwischen Bund, Ländern und Kommunen mit verbindlichen Summen, mit verbindlichen Ausgaben an den Haushalten oder eben dann auch, sofern die Gelder haben, an die Länder und an die Kommunen gingen, jeweils durch eine entsprechende Zweckbindung. Und das würde aber eben zum Dritten bedeuten, dass man sich der Rolle beispielsweise eben der öffentlichen Angebote wie der Volkshochschulen bewusst würde, indem man die Volkshochschulen dabei eben auch stärkt als ein Standbein öffentlicher Bildung. Also sie mit als wichtigstes Standbein für lebenslanges Lärm definieren würde. Das heißt jetzt nicht zu sagen, man finanziert damit das, was Unternehmer und Unternehmerinnen oder in den Betrieben an beruflicher Weiterbildung notwendig ist. Da muss es schon auch eine klare Kostenteilung und Verantwortlichkeit geben. Aber das bedeutet eben, dass in all den anderen Bereichen, ob das jetzt Kulturelles, ob das Politisches, ob das auch sprachliche Weiterbildung ist, dass das mit einbezogen wird, ganz zu schweigen von der Frage der digitalen Weiterbildung. Und wir haben hier in Halle eine Situation, da haben wir eben Stadtgebiete, bei denen die Kinder in bildungsarmen Elternhäusern, wie das so bezeichnet wird, aufwachsen mit 70 Prozent Alimentierung. Und da fängt das schon ganz, ganz früh an, dass das Bedürfnis nach Lernen nicht geweckt wird, dass die Neugier nicht geweckt wird. Und dass aus dem Grund eben später auch beim Aufwachsen nicht nur Schulabschlüsse nicht geschafft werden, da gehört ja Sachsen-Anhalt mit zu den Ländern, die die höchste Grote haben von jungen Leuten, die eben ohne Schulabschluss rausgehen und umgekehrt, die dann eben auch keine Abschlüsse in der Ausbildung erlangen, obwohl es Nachfrage gibt und hier eben in dem Bereich dann auch klar ist, dass da nie eine Nachfrage entstehen wird. Das muss man, um mal in ihrem Bild vom Anfang zu bleiben, und das bedeutet, wer nicht gelernt hat, dass Lernen Spaß macht, der wird es auch später nicht nachfragen. Und deshalb gehört es sowohl als Angebot in die Gesellschaft hinein, in die sozialen Brennpunkte mit hinein, als eben auch als verbindliche Strukturierung in der gesamtgesellschaftlichen Aufgabebildung zu definieren. Wer ist da verantwortlich, Land oder Bund? Nein, natürlich Bund und Land, klar. Und wie können wir das schaffen? Also nur über das Kooperationsverbot? Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn Sie das Kooperationsverbot aufheben, müssen Sie doch klar definieren, wofür heben Sie es auf. Dann müssen Sie es definieren als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dann muss eine Kostenteilung kommen, nicht eine Kompensation für Gelder, die ausbleiben, weil irgendeine Exzellenzinitiative an den Hochschulen ausläuft. Das muss man nämlich mal sagen, der Hochschulpakt ist ja so definiert worden, weil die Exzellenzinitiative ausläuft und das Kooperationsverbot ist deswegen dort ausgehebelt worden, damit die Universitäten, die vorher in der Exzellenzinitiative drin waren, noch das Geld dafür bekommen. Aber Sie haben natürlich das gleiche Problem dann auch im Schulbereich. Und Sie müssen natürlich auch die Lernformen jeweils, beispielsweise Ganztagsschulen, mit entsprechenden pädagogischen Angeboten, mit längerem gemeinsamen Lernen etc. Das ist eine Bundesaufgabe in Abstimmung mit den Ländern. Mal sehen, wer da in der neuen Regierung auch initiativ werden kann. Wir selber haben vorgeschlagen, ein Weiterbildungsgesetz zu definieren und in diesem Weiterbildungsgesetz... Auf Bundesebene? Auf Bundesebene. Und in diesem Weiterbildungsgesetz klar zu definieren, was bedeutet das im Einzelnen und davon abgeleitet dann eben auch die entsprechenden Haushaltstitel auszustatten und zwar auskömmlich auszustatten. Wäre ein ganz wichtiger Schritt für uns, nämlich ein bundesweites Weiterbildungsgesetz. Ich möchte einen weiteren Brennpunkt aufgreifen, das Thema Integration. Da sind Sie, unser Spezialist. Funktioniert Integration und die Einbindung und die kulturelle Assimilation, funktioniert die aus Ihrer Sicht? Haben Sie einen extremen Themenwechsel initiiert? Ja, wir sind bei Brennpunktthemen, aber Integration ist ja Bundes- und Landesthema und... Ich greife es gerne auf, weil es auf meinem Zettel, auf meiner Agenda schon steht. Wir sind ja hier als Teil des Sprachenzentrums, Entschuldigung, des Sprachenkongresses hier zusammengekommen und das Thema Weiterbildung hat natürlich auch nicht nur Anschlüsse, sondern auch eine Vorgeschichte. Das heißt, der Auftrag der Volkshochschulen, der öffentliche Auftrag, hier tätig zu sein, Sie haben es als Feuerwehr bezeichnet, ist ja wahrgenommen worden, da wurden Sie auch warm als solche wahrgenommen. Aber die Integration hat natürlich einen Kristallisationspunkt, der meines Erachtens sich an der Sprache festmacht, an der Sprachfähigkeit. Das heißt, durch die Bildungsinstanzen hindurch brauchen die zu Integrierenden, aber auch natürlich die Personen, die mit diesen Personengruppen arbeiten, Sprachkenntnisse, Sprachfertigkeiten, die Möglichkeit, in einen kulturellen und sprachlichen Austausch zu treten. Und so gesehen würde ich neben der politischen Bildung, die gefördert und gestärkt werden muss, dass auch die sprachliche Bildung stark machen wollen, weil in den Schulen oder in den Programmen, die aufgelegt wurden, um die Flüchtlinge oder die nach Deutschland gekommenen zu unterstützen und zu integrieren, man hat da vieles aus der Taufe gehoben und vieles Gutes bewirken wollen, aber es war alles nicht so ausfinanziert oder so untersetzt, dass man sagen kann, es hat jetzt eine langfristige Auswirkung. Und meine Wahrnehmung war, dass die Thematik so in der Öffentlichkeit ja lange schon ein bisschen abgesagt war. Ganz nach vorne in die Diskussionen gehoben. In den Statistiken ist es aber so, dass einige gesagt haben, die sind doch alle jetzt da und haben es doch irgendwie geregelt gekriegt und das ist doch jetzt schon in geregelten Bahnen. Und da braucht man sich nur mal die Zahlen für Sachsen-Anhalt anzuschauen. Da sieht man, dass alleine im aktuellen Schulbetrieb 8.000 Schüler sind, über die verschiedenen Schulformen hinweg, die eben nicht das Schulsystem systematisch und additiv durchlaufen haben, also sukzessive, sondern quasi von außen mit irgendwelchen Bildungsständen ankamen und die sind alle da. Also die sind nicht integriert, sondern die werden irgendwie geschult oder sie werden irgendwie verwaltet oder irgendwie irgendwas macht man mit denen schon, aber es ist nicht integriert. Und hier würde ich mir schon ein stärkeres gemeinsames Konzept wünschen oder gemeinsame Initiativen und Anstrengungen, die auf einer soliden Sprachausbildung ermöglichen, dass eben Weiterbildung natürlich dann auch für die Perspektive möglich ist, dass sie aber zunächst eine Bildung bekommen, die diesen Namen verdient und dass sie dann anschlussfähig an das Bildungssystem werden. Das heißt, Sie sagen, die Basis ist eigentlich schon mal schlecht, nämlich die Integration, die sprachliche Integration in den Schulen funktioniert nicht. Und dann ist es natürlich auch schwierig, dass die Erwachsenenbildung dann entsprechend auch nicht so funktioniert. Ich würde es nicht überstrapazieren, aber wenn wir von 7,5 Millionen funktionalen Anhaltsabäten in Deutschland, also Muttersprachlern sprechen, dann muss ja auch in der primären Ausbildung irgendwas schiefgelaufen sein. Die kommen ja nicht von ungefähr, sondern die haben ja ihre Ursache in dem Bereich, dass sie keinen Zugang zu Bildung, Neugier, Elternhaus, da kommen ganz viele soziale Faktoren hinzu, aber das hat auch etwas mit dem Bildungssystem zu tun. Und wenn wir uns 14 Prozent einer Gesellschaft leisten, die gar keinen Anschluss in dieser Hinsicht hat, dann ist das eben Basis auch für politische Währungen und politische Zugänglichkeiten, die wir uns gar nicht unbedingt leisten wollen. Also da ist der Ansatz, den ich... Frau Sichel. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge, die man, glaube ich, nochmal eingrenzen muss. Ganz sicher passiert an den Schulen, bezogen auf die Kinder aus den Familien der Geflüchteten, eine ganze Menge, aber in erster Linie, weil die Lehrer total engagiert sind, nicht so sehr, weil die Landesregierung das so wahnsinnig unterstützt, wenn ich an die Lehrer mit Deutsch als Zweitsprache denke, wie ewig das gedauert hat, bis die befristeten Verträge verlängert wurden oder entfristet wurden oder überhaupt. Und einige sind ja auch gar nicht verlängert worden, also da ist man wieder zurückgegangen. Und das Zweite ist natürlich, dass dort auch entsprechend der Kompetenzen der einzelnen Kinder erstmal geschaut werden muss, wie muss denn dieser Anschluss hergestellt werden. Und bei den Fragen der Sprachausbildung, das ist ja mehr oder weniger außerhalb der Schulen passiert. Also klar, die Kinder sind dann als Erste eher drin in der Sprache als die nachfolgenden Erwachsenen, aber es gibt eben auch Analphabeten unter Kindern, die 15, 16 sind, die aus den Ländern kommen, was dann nochmal eine Besondere ist für die Schulen. Und demzufolge bräuchten wir gerade auch in dem Bereich, um funktionalen Analphabetismus zu vermeiden, nicht nur bezogen auf Kinder, die hier aufgewachsen und geboren sind, sondern die jetzt auch zu uns kommen, bräuchten wir verstärkte Programmlinien, die das auch finanzieren, weil ich sehe darin eher eine Daueraufgabe, so wie das Bildungssystem jetzt aufgestellt ist. Wir reden zwar von einer Dekade der Alphabetisierung und der Grundbildung, aber da passiert in die Richtung nicht wirklich was. Und wir haben also das eigene Problem, was wir wie eine Buchwelle vor uns herschäben und es könnte ein neues dazukommen aus dem Bildungssystem heraus, so wie Sie das völlig zu Recht gesagt haben. Und dann haben wir das Problem der Sprachkurse selber nochmal. Aber das wollen Sie sicher gesondert ansprechen. Ja, ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen. Also A, denke ich, müssen wir trennen zwischen den muttersprachlichen funktionalen Analphabeten und denjenigen, die in die Integrationskurse gehen. Also das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich weiß, manchmal verwischt das so ein bisschen, aber ich glaube auch nicht, dass wir es kurzfristig schaffen, unser Schulsystem bundesweit so auszurichten, dass wir künftig keine funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten mehr produzieren, in Anführungszeichen. Und das heißt für uns als Weiterbildungseinrichtungen, wir werden damit konfrontiert, dass wir was vorhalten müssen für diese große Gruppe von Menschen, die wir nicht abgehängt lassen können. Und von daher muss ich das auch für die Muttersprachlerinnen und Muttersprachler tatsächlich mitdenken immer. Und da ist es für mich schon wichtig, wir haben eine Dekade, aber da tritt das ein, was wir ganz häufig in den Volkshochschulen erleben, wir werden projektfinanziert. Und das geht nicht. Also es geht nicht bei so national wichtigen Themen, da brauche ich eine institutionelle Förderung. Oder ich muss das als Aufgabe des Landes und des Bundes begreifen, wirklich als Problem. Und das muss dann auch entsprechend angegangen werden. Und das kann ich nicht tun, indem ich, egal wie lange die Projektlaufzeit, und wenn es, was ja lang ist, fünf Jahre ist, aber es ist eine Projektlaufzeit. Und wir alle wissen, wie schwierig das ist. Also von daher müssen bestimmte Maßnahmen in wirklich gesellschaftlich relevanten Bildungsfragen, die müssen auch anders gelöst werden. Und das ist nämlich meine Frage an die, ja, hier sitzenden Parteien, wie Sie dazu stehen. Und dann das Zweite, das betrifft den Integrationsbereich. Wir haben ja jetzt im Moment das Problem, oder es wird an uns herangetragen, das BAMF diskutiert ja jetzt und probiert das ja aus in einigen Regionen, die Ausschreibungen der Integrationskurse. Wie stehen Sie dazu? Also ich kann es gleich klar sagen, ich sehe das absolut kritisch, aber es würde mich trotzdem interessieren, wie Sie das sehen. Herr Diabin. Ich wollte zurückkommen zu dem Thema Integration vor allem von Kindern und Geflüchteten. Wir brauchen auch die Erwachsenenbildung. Also denken Sie auch an die Erwachsenen. Ja, Erwachsene natürlich auch. Aber ich wollte nur das Dilemma nochmal wirklich aufgreifen und sagen, dass wir uns eigentlich um den heißen Brei herumdrehen. Also ich hatte ja am Anfang unserer Vorstellung gesagt, dass es uns darum geht, wirklich ein gesamtgesellschaftliches Konzept zu erstellen. Das habe ich genannt als Nationalbildungsallianz. Und in Sachsen-Anhalt, wenn ich das sagen darf, hatten wir die Situation gehabt, dass, ich bleibe erstmal bei den Kindern, dann kommen wir zu Erwachsene, dass Integrationslehre zum Beispiel geplant waren von der alten Regierung. Und nachdem wir eine neue Regierung haben, einen neuen Bildungsminister, der hat dann die Integrations- diese Sprachlehre, die Verträge nicht verlängert, die wurden nicht verlängert. Dann haben wir eine große Menge von Lehrern, die Luft tehen, die könnten keinen Anschluss haben. Und dann die Leidtragenden waren natürlich die Kinder, die da sind. Das heißt, wir stellen fest, dass sowohl die Gruppe der 16-Jährigen, die in Übergang-Phase sind, als auch die im Schulalter sind, dass wir ein riesengroßes Problem haben. Es gibt kein richtiges Konzept wirklich, wie man die direkt in diesen Bereich mit einbeziehen kann. Deshalb komme ich dann nachher zu Ihrem Thema. Selbstverständlich. Ich denke, wenn eine institutionelle Forderung gewährleistet werden muss, dann muss man die Verantwortlichkeiten vorher klären. Wenn diese Verantwortlichkeiten klar und deutlich sind, dass der Bund sich dauerhaft in dem Bereich engagieren kann, wofür wir sind, dann haben wir natürlich eine dauerhafte Finanzierung, das auf den Ländern oder auf die Kommunen zuletzt. Das wird uns nicht weiterbringen. Also wir bleiben dabei. Es geht darum, Gesamtgesellschaften zu betrachten, wenn wir wissen, dass in diesem Bereich die Zustände werden schärfer. Wir haben sogar bei den Kindern eine Zunahme der schulpflichtigen Kinder. Und das kommt auf uns zu. Wir brauchen gut ausgewilderte Lehrer. Wir brauchen Sprachlehre, die nicht so auf dem Markt sind. Alle diese Aufgaben gehören angepackt, damit wir dann auch die institutionelle Forderung im Volkshochschulbereich auch mitfinanzieren können. Und bei Erwachsenenbildung ist das gleiche Problem. Herr Ballot, ich möchte da noch dranbleiben an diesem Thema. Erwachsenenbildung steht ja im Mittelpunkt. Ist die Integration, die Integrationsmaßnahmen im Weiterbildungsbereich, sind die ausreichend, die wir im Moment in der Bundesrepublik, bundesweit, landesweit haben? Diese sprachlichen Integrationsmaßnahmen, diese vielen BAMF-Kurse, die legendären BAMF-Kurse, reicht das aus für die sprachliche Integration der Erwachsenen? Und wo sehen Sie einen Entwicklungsbedarf? Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, obwohl mir das an dieser Stelle sehr schwer fällt. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich den Gesamtüberblick für Deutschland oder für diese Thematik für mich beanspruchen kann. Ich kann also nur den Ausschnitt, den ich sehe, überblicken. Und da ist es meines Erachtens so, wie wir es gerade eben auch hier schon auf dem Podium in Diskussionen diskutiert haben, dass es relativ viele Akteure gibt, die irgendetwas machen. Also es war vieles einem Aktionismus geschuldet, einer Feuerwehr-Symbolik, man muss schnell handeln. Da wurde vieles gut gemeint, vieles schlecht gemacht. Das muss jetzt einfach eine Phase der Konsolidierung überführt werden. Aber nachdem das Thema dann relativ schnell doch auch wieder runtergefahren wurde und jetzt, wie gesagt, erst zum Wahlkampf erneut aufgeflammt ist, die sind ja alle da. Und man tut immer so, als wären sie integriert. Und da gibt es ausreichend Personengruppen in West- und in Ostdeutschland, in denen das über Generationen nicht funktioniert. Also ich denke jetzt an die türkisch sprechenden Familien in Nordrhein-Westfalen oder hier auch aus Vietnam, die eben in ihrer Gesellschaft geblieben sind, die ihre Traditionen pflegen. Das sollen sie auch alles tun. Sie haben vorhin von Leitkultur gesprochen. So weit würde ich gar nicht gehen. Aber die Integration, so wie sie gemacht wurde und wie sie im Augenblick auch wieder angepackt wird, ist Stückwerk, ist föderalistisches Versatzhandeln. Das heißt, unser Föderalismus hemmt eine Integration, eine geschlossene, ein System, sozusagen ein geschlossenes System der Integration durch unseren Föderalismus. Andersrum, ich will zu meiner Ebene tiefer hängen. Man könnte auch sagen, es ist ein Experiment. Es war nicht mal darauf eingestellt, man muss eben nach Lösungen suchen, die der Situation auch gerecht wurden. Das haben alle nach bestem Maßstab und besten Möglichkeiten versucht. Ich sagte, jetzt sind wir in der Phase der Konsolidierung. Wir wissen, sie sind da, sie kommen. Man hätte jetzt die Zeit und die Notwendigkeit, systematisch über die verschiedenen Bildungseinrichtungen, die wir haben im primären, sekundären und tertiären Bereich, zu schauen, wer übernimmt welche Aufgaben, welche Kompetenzen, wie sind die verteilt, warum kommen die Gelder her, man hätte die Möglichkeit, das zu systematisieren und in eine Struktur zu überführen, die eine Integration, die den Namen verdient, wirklich nach sich zieht. Wer müsste da den Hut aufhaben bei diesem, bitte? Wer müsste den Hut aufhaben bei dieser Konzeptionierung einer bundesweiten, ist das der Bund, welches Ministerium, an wen müssen wir als Erwachsenenbildung herangehen, um zu sagen, hier, wir brauchen eine Gesamtkonzeption, was müssen wir den Bundespolitikern und den Landespolitikern sagen, um die Integrationsarbeit zu systematisieren, zu professionalisieren? Sie sehen, dass ich zögere, weil ich hier mit der Lage schon... Ja, wir sind hier unter uns. Ja, also live, live. Wir sind von dazu oder gucken zu... Andersrum, ich versuche es mal andersrum. Ich will ja den schwarzen Peter gar nicht irgendjemandem zuschieben, schon gar nicht parteipolitisch. Es geht darum, dass eben eine gesellschaftliche Herausforderung auf uns wartet, mit ganz vielen verschiedenen Teilbereichen. Und jeder sollte in dem Bereich, in dem er sich kompetent fühlt und sich einbringen kann, einbringen können. Und wenn die Volkshochschulen einen wichtigen Beitrag... Beidenberg. ...beitrag, Entschuldigung, Dankeschön, geleistet haben, warum sollten sie ihn nicht dauerhaft übernehmen können? Also wenn sie auch in der Krisensituation in der Lage waren, schnell zu reagieren und gute Dinge aufzusetzen, warum sollten sie sich dauerhaft einbringen können? Und das würde ich jetzt für allen anderen Beteiligten im kommunalen Bereich, in der Öffentlichkeit, öffentlichen Trägern, auch privaten Trägern, genauso zugestehen, dass jemand, der ein gutes Konzept hat, der irgendwie schlüssig an Lösungen des Problems oder an Integration der Personen interessiert ist, auch die Möglichkeit haben sollte, auszuprobieren oder umzusetzen. Aber es muss irgendwie nicht so sein, dass sie sich gegenseitig behindern, weil es Baumstandvorgaben gibt, die Personen ausschließt, die gerne was machen würden und so weiter und so fort. Also das können wir jetzt durch alle Ebenen durchbrechen und dann würde man sehen, das ist einfach das große Übel. Ich möchte hier mal diese Podiumsrunde kurz einen Stopp machen und Sie fragen, haben Sie Nachfragen. Ich möchte auf das Publikum zugehen. Wir wollten eine Runde auch für das Publikum öffnen, damit Sie Ihre Fragen stellen, bevor wir dann in der zweiten Runde hier weitermachen. Bitte. Ich habe eine Frage und zwar hatten Sie in Ihrem Eingangsregiment gesagt, dass die Qualität in den privaten Anbietern schlechter ist als in der Volkshochschule. Ich fühle mich da ehrlich und habe mich nicht in meiner Ehre angepastet, um das jetzt mal so bildlich zu sprechen, weil ich bin ein Freiberuflieder und dort wird ganz viel sehr gute Arbeit gemacht. Aber der Nachteil ist, es wird ganz miserabel bezahlt. Und da möchte ich in alle Politiker, die hier vorhin sind, fragen, was wird eigentlich mit den freiberuflichen Dozenten? Wie werden die geschützt? Es gibt ganz viele Berufsgruppen, die gesichert sind, wie Notare, wie Rechtsanwälte, die haben festgeschriebene Honorare, die sie auch einfordern können. Bei freiberuflichen Dozenten ist das nicht. Ich habe Angebote von teilweise 15 Euro pro Unterrichtseinheit. Davon kann man nicht leben, nicht sterben. Ich muss alleine über 300 Euro Krankenkasse, über 300 Euro, bin ich als Pflichtversichert in der Rente und muss das komplett alleine tragen. Warum werden die freiberuflichen Dozenten dort nicht besser unterstützt und nicht mehr geschützt? Weil die machen die Arbeit und die sorgen für die Qualität. die können aber nur für die Qualität sorgen, wenn sie ordentlich bezahlt werden. Ich habe heute zum Beispiel bestimmt für 100 Euro Lehrmaterial bestellt, das muss ich auch komplett alleine tragen. Also eine ganz wichtige Frage, die wäre auch für uns noch in der zweiten Runde gewesen, wir können das jetzt sehr gerne auch schon ansprechen, die Frage der Honorierung von Kursleitern, die teilweise sehr prekär ist. Ich bin nicht ganz richtig verstanden worden, ich habe nicht gesagt, dass die Privaten schlechter sind, sondern die Privaten tauchen immer dann auf, wenn es öffentliches Geld gibt und wenn es keins gibt, dann sind die Privaten auch wieder weg. Das ist die Problematik, dass die Volkshochschulen eine Kontinuität haben, die die Privaten nicht bieten können und auch nicht bieten wollen. Von daher, die Garantie für eine gleichbleibende Qualität finden Sie bei den Volkshochschulen. Die privaten Anbieter, die müssen immer wieder neu ihre Qualität beweisen und entsprechend tauchen sie dann auf oder tauchen nicht auf. Also ich habe nicht von schlechter oder besser gesprochen, das würde ich mir nicht erlauben in dieser Runde, sondern nur, dass die Privaten eben dann auftauchen, wenn es öffentliches Geld gibt. Und die Volkshochschulen sind auch da, wenn es keines zusätzliches öffentliches Geld gibt. Aber die ganz wichtige Frage, die Honorierung. Ein großes Problem, wir haben das bei den BAMF-Kursen gesehen, das wurde jetzt Gott sei Dank mal auf 35 Euro pro Unterrichtseinheit wurde das erhöht vom BAMF, aber darüber hinaus diese Integrationskurse, die nicht BAMF gefördert sind, da haben Sie in der Tat, sprechen Sie richtig über Verhältnisse, unter 20 Euro. Wie können wir dieses dramatische Problem lösen? Ich sage noch eine Zahl dazu, im Volkshochschulbereich haben wir bundesweit 200.000 Dozentinnen und Dozenten. Diese Frage, die Sie gestellt haben, betreffen 200.000 Kursleiterinnen und Kursleitern nur an den Volkshochschulen. Dann kommen noch viele andere hinzu. Eine dramatische Frage, wie kann das Land, wie kann der Bund auf so etwas reagieren, Herr Alltag? Ist das eine Landesaufgabe? Nachdem allgemeine Weiterbildung ja Landessache ist. Es gibt ein Weiterbildungsgesetz. Erstmal muss man sagen, wer, sagen wir mal, eine qualitätsvolle Arbeit leistet, auch als Honorarlehrkraft, der hat erstmals auch verdient, irgendwie dementsprechend bezahlt zu werden. Und ich sage mal, ein Stundenlohn von 15 Euro, das ist eine Katastrophe. Und auch die 35 Euro für die BAMF-Kurse, das reicht bei weitem nicht aus, um da irgendwie sein Leben davon zu bestreiten können, die ganzen Versicherungen zu bezahlen, Sie haben es erwähnt, Lehrmittel zu bezahlen. Das ist eine katastrophale Bezahlung. Ich kenne das selber, ich habe jahrelang, war ich Lehrbeauftragt an der Hochschule hier in Sachsen-Anhalt, in Bernburg, ich habe 25 Euro die Stunde gekriegt und musste dann noch von Halle nach Bernburg fahren und wieder zurück. Und vorbereitet habe ich mich da auch noch nicht davon. Das ist also nicht machbar. Das kann man alles nur im Nebenjob dann irgendwie machen oder verteilt auf viele, viele Jobs. Und ich glaube, das führt dann wieder dazu, dass die Qualität darunter leidet, mit der dann die Honorarlehrkräfte dann an die entsprechenden Weiterbildungseinrichtungen gehen können und dann auch entsprechend ihr Wissen weitergeben können. Von daher müssen wir da auf jeden Fall dafür sorgen, dass dort mehr Geld reinfließt und auch entsprechend die Weiterbildungseinrichtungen unterstützt werden, um dann entsprechend auch die Honorarkräfte dann auch bezahlen zu können. Gar keine Frage. Das ist, glaube ich, auf allen Ebenen eine Aufgabe. Erwarten Sie es, wenn wir da jetzt heute kein Patentkab. Ich habe keine Ahnung. Aber wo ist der Hebel da? Könnte der Hebel nicht sein, das Weiterbildungsgesetz? Wir haben ja 16 Weiterbildungsgesetz in den Ländern. In diesem Weiterbildungsgesetz auch stärker die Absicherung der Kursleiterinnen und Kursleiter mit zu verankern. Mit Sicherheit. Das ist eigentlich das Förderinstrument. Ist das ein Instrument, das man bedienen kann? Da brauchen wir jetzt noch die nötigen Mehrheiten dafür, um da was zu ändern und dann kann man das durchaus anpacken. Und Sie sehen ja, welche Parteien heute hier sitzen. Und die, die die Mehrheit haben und mitentscheiden, die sitzen heute nicht am Tisch. Ja, aber da sind wir doch auch wieder in dem Modus, wir prüfen mal. Und dann bleibt es wieder auf der langen Bank. Also Sie sehen auch, ich glaube, das kommt deutlich raus, wie schwer es wir in der Erwachsenenbildung, in der Bildungspolitik insgesamt haben. Wir kommen immer wieder auch auf die Schule und dort ist ein Ansatzpunkt zu sehen. und dann werden wir nebulös, wenn es um die Erwachsenenbildung geht. Also welchen großen Handlungsbedarf sehen wir? Und ich glaube, der wird heute sehr deutlich auch bei Ihren Kommentaren, bei Ihren Statements dazu. Frau Sittem, das Problem der Kursleiterhonorierung auf Bundesebene. Also man muss ganz klar feststellen, dass in diesem Gesetz auch dargestellt beziehungsweise geregelt werden muss, festgestellt werden muss, dass Weiterbildung eine Daueraufgabe ist mit besonderem gesellschaftlichen Interesse. Und das bedeutet, dass es auch einer anderen Philosophie folgen muss, als das bislang der Fall ist. Das heißt, man muss nicht nur die Träger entsprechend angemessen finanzieren, also beispielsweise die Pauschale dann entsprechend festlegen, als eben auch die Vergütung der Lehrkräfte klar regeln und dann eben auch entsprechend der Entwicklungen anpassen. Wir haben ja auf einem anderen Feld, wird es ja auch gemacht, gegenüber den Privaten. Wenn Länder Vergabegesetze erlassen, dann verlangen sie von dem Anbieter nach der Ausschreibung, dass sie tarifgerecht bezahlen. Also müsste man für diese Bereiche eben auch ein Basis- oder Mindesthonorar festlegen. Wir sind gerade dabei als Fraktion im Zuge der Befassung mit Selbstständigen, Soloselbstständigen, die einzelnen Branchen mal durchzuklopfen. Wie könnte denn ein branchenbezogenes Mindesthonorar funktionieren, das eben nicht nur ein Existenzminimum absichert, sondern am Ende wirklich die Profession absichert mit all dem, was für diese Leistung notwendig ist. Und das würde dann eben in dem Falle auch mit dazugehören. Wir haben im vergangenen Jahr im Haushalt gerade mit Blick auf die Integrationskurse 300 Millionen Euro mehr gefordert, weil eigentlich am Ende immer wieder auch festgestellt wurde, dass Integrationskurse ja viel mehr sind als nur sozusagen ein Stück Vermittlung dessen, was in Deutschland kulturell und ähnliches stattfindet und insofern auch noch viel mehr Kompetenzen von den entsprechenden Lehrkräften abgefordert wird. Das würde bedeuten aber auch beim BAMF nicht die gleiche Vergabephilosophie zu verfolgen, wie das bei der Bundesagentur für Arbeit war. Die haben nämlich immer den Auftrag gehabt, möglichst wenig Geld preiswert einzukaufen und dann haben wir die bizarrsten Konstrukte gehabt, Anbieter, die Subunternehmer genommen haben, die aber vorher wiederum dort schon mal einen Auftrag hatten und lauter so eine Geschichten und damit ist natürlich ein Lohndumping und überhaupt ein Dumping Wettbewerb begründet worden in dem Bereich, bei dem natürlich dann am Ende mancher Träger, auch privater Träger, gar nicht in der Lage war, die Leistung zu bringen, weil er sich selber runtergerechnet hatte und das nicht mehr bringen konnte, die Leistung nicht mehr bringen konnte. Also das bedeutet eben schließlich auch dieses Honorar so festzulegen, dass das Ankommen in den Sicherungssystemen möglich ist, also sowohl was Krankenversicherung anbetrifft, was Rente anbetrifft. Also wir haben ja mittlerweile Selbstständige oder Freiberufler, das sind ja viele von Ihnen, die im fünfstelligen Bereich Schulden gegenüber der Krankenkasse haben und wir haben eben gesagt, dass die Ausgangsbasis, von der aus man diese Beiträge definiert hat, bestimmt hat, ist einfach nicht die Realität in diesem Land, kam das Leben daher und war anders. Also muss man es orientieren an den tatsächlichen Einkommen, das dort realisiert wird und das Gleiche gilt dann eben auch für die Frage der Rentenversicherung. Das wird gerade im Zusammenhang auch mit der Digitalisierung nochmal eine Riesenrolle spielen, weil wir eben in dem Bereich, Sie sagten vorhin, 200.000 bundesweit, soweit es im engeren Kontext der Volkshochschule betrifft, aber wir haben insgesamt fast fünf Millionen in dem Bereich zu sitzen, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind. Deshalb steht und fällt das natürlich auch damit hier dort, wo Stellen notwendig sind, weil es Daueraufgaben sind, auch diese Stellen zu begründen und dort, wo die klassische Struktur sinnvollerweise ausgestaltet werden soll, aber eben auch nicht projektorientiert, sondern auch mit einem Programm, das nach meinem und nach unserer Vorstellung mindestens zehn Jahre dauert, wir sind davon etwa 3,6 Milliarden ausgegangen, dass man das zur Absicherung von Kursleitungen und damit es eine dauerhafte und verlässliche Komponente bekommt. Ich würde gerne das Stichwort Weiterbildung Sozialkasse mal in den Raum werfen, das ist nämlich ein Punkt, über den der Deutsche Volkshochschulverband sehr stark diskutiert, ob das eine Möglichkeit wäre, um Kursleiterinnen und Kursleiter anders abzusichern als bisher, analog zur Künstlersozialkasse. Also wir sind da noch nicht zu so einer richtigen Meinung, haben uns da noch nicht so durchgerungen, aber wir wollten das mal tatsächlich in die Diskussion umsetzen, ob das eine Möglichkeit wäre. Wir sind auch am Grübeln, weil wir kommen in dem Kontext der anderen Branchen in diese Diskussion ja auch rein. Ich höre auch immer wieder den Satz von Leuten, die in diesem Bereich tätig sind, die intrinsisch tätig sind, von Künstlern und Künstlerinnen, ach, wenn ich doch dieses Grundeinkommen hätte, dann wäre mein Problem schon mal gelöst, aber das kann ja nicht wirklich die gesellschaftliche Antwort auf so eine Unterfinanzierung von solchen Bereichen sein. Deshalb, Weiterbildungskasse würde aber bedeuten, dass wir neben der Künstlersozialkasse wieder und Sonderstrang füllen. Wir wollen aber eigentlich die gesetzliche stärken, also die öffentliche Verantwortung dafür stärken und auch die Künstlersozialkasse hat für bestimmte Beschäftigte in diesen Branchen mittlerweile echte Probleme und deshalb sind wir eher schaumgebremst, was die Schaffung eines neuen Sondersystems anbetrifft. Herr Diaby, was kann die SPD als Antwort der Kollegin geben? Ich möchte das im Zusammenhang mit zwei Ideen bringen, wo ich eine mittelfristige Lösung sehe. Das eine ist, das haben Sie auch gelesen, das steht auch als Antwort in Ihrem Wahlprüfstein drin, das Thema Schanzenkonto, die wir ins Spiel gebracht haben, dass jeder eine bestimmte Summe zur Verfügung hat, um eine Fortbildung, Weiterbildung zu machen. Ich denke, wenn das kommt als eine Summe, die momentan jeder Person zur Verfügung steht, dann ist das eine Aufwertung der Einrichtungen, die für die Weiterbildung zuständig sind, denn da gibt es ja ein System, ist mehr Geld drin und dann werden dann die Weiterbildungsträger, aber auch die Lehrkräfte, da steht ganz schwarz auf weiß, ganz oben drin, dass die Bezahlung der Lehrkräfte soll aufgewertet werden, Sie werden mir sagen, ja, wir versprechen Sonntagsrede, aber wenn ich das verbinde mit dem Schanzenkonto für jede Bürger, jede Arbeitnehmer in diesem Land, dann ist das die Möglichkeit gegeben, dass wenn der Staat die Weiterbildung als Rechtsanspruch, als Weiterbildung formuliert und dann Geld ins System gibt, dann haben wir Diskussion vielleicht, anders als wenn das Geld überhaupt nicht da ist. Das ist meine Hoffnung, dass wir in diesem Zusammenhang und das andere Thema, womit ich das im Zusammenhang bringe, ist die Idee, die Bundesagentur für Arbeit nicht als Agentur für Arbeit, sondern als Agentur für Arbeit und Qualifizierung. Und diese Qualifizierung passiert ja in den Weiterbildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und andere, wenn der Agentur für Arbeit diese Mittel zur Verfügung gestellt bekommt und das heißt nicht nur irgendwo in eine Einrichtung zu gehen, Computerprogramme zu lernen, sondern eine wirklich von Dieter Qualifizierung, die auch mit verbindlichen Summen verbunden sind, mache ich mir die Hoffnung, dass wir in der Sache Bewegung bekommen. Absicherung, das war auch ein Thema, es ist ja die Überlegung, also das, was Sie gerade angesprochen haben, ja, Künstler Sozialkasse war ein Modell, die man bei uns auch mit diskutiert, dass man wieder in Anlehnung an Künstler Sozialkasse, ob man auch das in diesem Bereich, aber wie bei Ihnen, bei uns die Diskussion auch nicht abgeschlossen, weil keiner will sich wirklich auf den Weg machen für einen nebulösen Vorschlag, der nicht durchgesetzt werden kann, deshalb Diskussionen laufen noch, ich denke, es ist ein ernstzunehmendes Problem, weil Altersarmut, wenn man darüber redet in Deutschland, kommen sehr, sehr oft Menschen, die in selbstständigen Bereichen tätig waren, Menschen, die als Lehrkräfte irgendwo tätig waren, die plötzlich stehen da und die sind mit Altersarmut bedroht. Deshalb ist das ein Thema für uns, dass wir sagen, ein Beziehung dieser Menschen in den Sozialsystem, dass sie auch mit einzahlen, wenn sie nicht knapp an der Kasse sind, aber auch die Möglichkeit, diese Bezahlung anzuheben mit den neuen Strukturen, die ich gerade vorgeschlagen habe. Also das sind zwei Ideen, die stehen woanders, aber die haben mit ihrem Thema zu tun, weil wir das Ganze als Gesamte auch sehen. Ich weiß nicht, ob das befriedigend ist, als antwortet. Ja, Frau Sitte. Eine kleine Geschichte ist noch aufgefallen. Wir haben als Stadtrat uns ja auch immer zu bemühen, um die Honorarordnung für die Volkshochschulen und dann davon abgeleitet, die Summe im Haushalt einzustellen. Das heißt, es würde auch eine Aufgabe auf kommunaler Ebene entstehen. Eins würde ich gerne noch einfügen, weil mir das ein bisschen, also weil ich damit auch befasst bin, hier aus dem Erleben des Bundesteilhabegesetzes. Ich möchte gern, dass wir nicht nur über Weiterbildung reden, bezogen auf unsere Integrationsaufgaben der Menschen, die zu uns gekommen sind, sondern dass wir auch einen erheblichen Weiterbildungsbedarf haben, um an einer inklusiven Gesellschaft zu arbeiten. Das würde ich gerne einfach mal als Stichwort noch mit reinwerfen wollen. Inklusion haben wir noch nicht angesprochen, auch ein sehr dramatisches Thema, will ich erst mal außen vor lassen. Noch die Runde öffnen für das Publikum Urians. Also mal zwei Stichpunkte. In Sachsen-Anhalt ist die Bildung angebildet im Sozialministerium, für friedliche Forschung, für Bildung, im Bildungsministerium, im Wirtschaftsministerium, für die Ordnung. Stichwort und Fragezeichen, wenn ich Bildung in den Fokus stelle, ob Bildung nicht institutionell, ministeriell in ein Haus gehört. Zweite Frage, wir haben eben das Modell Künstler-Sozialkasse diskutiert, wäre es vorstellbar, irgendwie eine Regelung dahingehend einzuführen, dass jedes eigene Konto in dieser Bundesrepublik sozial und abgabepflichtig ist und damit die Systeme auch eventuell so finanziell ausgestattet sind, dass hier entsprechend eine ordentliche Rente später gezahlt werden kann, als Fragezeichen. Also vielleicht die erste Frage nach der Zuständigkeit, nach der ministeriellen Zuständigkeit. Nein, Vereinheitlichung, wenn ich Bildung in den Fokus stelle, gehört Bildung in ein Haus. Ansonsten zerpflinge ich das und die Ministerien unter einer anderen auch die eingerichteten interministeriellen Arbeitsgruppen haben eine überschaubare Erfolge, das ist die Sachsenanleitung. Herr Alltag. Ja, Sie haben das ja gerade schon ganz gut dargestellt, wie das ist. Verschiedene Zuständigkeitsbereiche in den verschiedenen Ministerien und ich erlebe das ja fast tagtäglich mit. Ich sitze ja selber mit dem Bildungsausschuss, wie schwierig das manchmal ist und sich die einzelnen Ministerien die Zuständigkeiten dann hin und her schieben und wir kommen dann letztendlich in der Diskussion in vielen Bereichen nicht vorwärts. Ich glaube, dass es gut wäre, das in ein Haus zu setzen. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das so sagen darf, wie ich sagen will. Es wird dokumentiert, was Sie sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in dem Haus, wo es hingehört, gerade richtig ist, vielleicht so viel mal dazu. Ja, das stimmt. Aber das System muss auch ohne Person funktionieren. Dabei belasse ich es. Ja, wir haben das Thema aufgegriffen in dem Zusammenhang, dass wir gesagt haben, für diese genannte Nationale Bildungsallianz, dass wir so eine IMAG, also Interministerielle Arbeitsgruppe, in der eine Abstimmung stattfindet zu Forderungskonzepte und Weiterbildungsinstrumente und dann das auf nationaler Ebene praktisch, dass auch in dieser Bildungsallianz mit eins bis zu, dass auf Bundesebene auch die Abstimmung mit den Ergebnissen der Landes-IMAG dann zusammengeführt wird. Ich habe gute Erfahrungen mit solchen interministerierenden Dingen, als ich im Sozialministerium gearbeitet habe, saß ich da in der IMAG-Integration, also interministerierer Arbeitsgruppe-Integration, das war hervorragend, denn wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man, dass auch der Fokus auf ein bestimmtes Thema gelegt wird. So, wenn man dann, was weiß ich, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt einlädt zum Thema Bildung, dann plötzlich stellt man fest, dass Bildung überall ist. So, im Verkehrsministerium würde man wirklich das Thema Bildung wahrscheinlich nur nebenbei, wenn man die einlädt mit anderen Ministerien zusammen, dann findet man sofort ein gemeinsames Nennen. Deshalb wiederhole ich nochmal, werbe für unsere Idee für eine Nationalbildungsallianz und eine Nationalbildungskonferenz, damit wir dann wirklich diese Bündelung auch zusammen auch nach vorne bringen können. Das ist das, was wir vorhaben, auf alle Fälle. Na, es klingt alles ganz gut, aber das hat das Problem, du brauchst eine klare Zuweisung in Haushaltstitel. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass du es an einem Punkt festmachen musst, wo diese Dinge dann eben auch klar adressierbar sind und dann kann man sich aus den anderen Bereichen dort die Leute heranziehen, aber sonst wird das so ein Schulterklopfer-Termin mit Geschwurbel. Deshalb bin ich natürlich der Meinung, dass das alles ins Bildungsministerium gehört, egal wer da, ne. Und sonst fängst du wieder an als Bittsteller in anderen Ministerien, vor anderen Ministerien zu hocken, um die zu bitten, dass die das Geld dann einstellen. Also das ist so meine Erfahrungswelt aus den Bundeshaushaltsdebatten, wenn du das nicht klar irgendwo festklopfst und damit auch eine ministerielle Autorität und damit verbindest, nun haben wir noch nicht regiert auf Bundesebene, aber... Ihr wollt ja nicht. Wir wollen, klar. Ihr seid zu feige, wir haben die Mehrheit. So, wir reden später der Nacht. Okay, also das ist so mein... also ich finde das besser, es verbindlich zu regeln. Gibt es noch weitere? Bitte, ja. Zweite Frage, warum ich mich beantworten kann. Okay, dann die zweite Frage. Nochmal als Stichwort. Das generell Einkommen in dieser Bundesrepublik der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Ja, ja, vom ersten Tag an. Alle Einkommen. Ja, ist ja, glaube ich, im Moment nicht... Nein. Ist das ein politisches Ziel Ihrer Partei? Bei uns, klar, ja. Ja, und Jabi? Ja, auch. Oh, oh, oh. Wann wird es umgesetzt und wie? Wenn wir regieren. Das hören wir immer. Und dann kommt der Koalitionszwang und der Koalitionszwang. Und dann keine Koalitionszwang. Und dann keine Koalitionszwang. Aber, oh Gott. Bitte, gibt keine Koalitionszwang. Dann sperrt sich wieder die CDU. Bitte. Ja. Ja, meine Frage, ein bisschen, vielleicht momentan eine Frage. Die strukturelle Ausrichtung von Erwachsenenbildung. Ich sehe das einfach, das haben auch verschiedene Studien ergeben, dass Erwachsenenbildung, zwar das Ziel hat, sich an die ganze Bevölkerung, stets auf die Koalitionszwang zu richten, aber die Ausrichtung der Erwachsenen wird im ersten Jahr hauptsächlich mit relativ mittleren oder hohen Bildungsstand erreicht. Das heißt, wie man eigentlich in der Katzenbildung erreichen soll oder will, erreicht man nicht. Und ich sehe das als Problem zum Teil dadurch, dass auf der einenjenigen Seite, wo man die Leute hat, die 8. Klasse, Abgang, Köln-Klasse, Hochschulabschluss, häufig sehr frustriert sind von diesem System, wieder erreichen muss. Auf der anderen Seite sitzen da Leute, die sie erreichen sollen, die häufig, oder fast immer, oder aus am Großstuhl, wie man es jetzt nicht ganz genau, einen Hochschulabschluss oder einen akademischen Abschluss haben. Das heißt, sie haben eigentlich gar keine, und Bezug auf diese Gruppe, die eigentlich frustriert ist von Bildung, von Bildung eigentlich etwas sehr legalisiertes erlebt haben. Und da ist es auch die Frage, wäre es nicht auch so, und das sind, wenn man sich jetzt an die professionelle Frage auf den Punkt geht, wäre es nicht einfach, auch mal zu schauen, ob man vielleicht auch hier in Sendung setzt, oder Anleihen setzt, für eine Form der didaktik, für eine verbessert, dass man sich stärker mit Leuten, die auch aus dem System der Prüfung der Prüfung stehen. Also es ist die Frage, wie können wir an bildungsferne Gruppen und Milieus herankommen. Es stimmt vollkommen, dass Sie sagen, wir erreichen eine Mittelschicht, das mittlere Milieu erreichen wir in der Bundesrepublik, aber die Randgruppen, politische Randgruppen, als auch prekäre Randgruppen, erreichen wir nicht. Darf ich ganz kurz nur, also das ist eigentlich ein anderes Thema, aber nur wirklich ganz kurz. Also wir diskutieren innerhalb der Volkshochschul-Landschaft, und das werden Ihnen die Kursleiterinnen oder die Hauptamtlichen auch bestätigen können. Ich rede ungern von Professionellen, das hat so einen komischen Hintergrund noch. Also die Hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren sehr stark darüber, wie wir an Menschen herankommen oder wie wir die Verbindung schaffen, weil wir haben ja diese Gruppen, wir haben die in den Integrationskursen und wir haben sie in der Grundbildung. Und da besuchen diese Menschen unsere Kurse. Und wenn ich mir die Masse angucke in der Bundesrepublik, die tatsächlich diese Kurse besucht, ist das nicht zu wenig. Und da brauche ich hochprofessionalisierte Menschen, die da auch wirklich gut damit umgehen können, damit diese Leute die Lust am Lernen lernen und deswegen auch dann dabei bleiben. Und für uns ist es in der Tat eine Herausforderung, und der stellen wir uns ja gerade im Moment, wie schaffen wir das, die anderen Bildungssegmente in diese Gruppen hineinzutragen. Also diese Verknüpfung von kultureller Bildung, Gesundheitsbildung, politischer Bildung, so zu gestalten, dass Menschen, die bei uns Grundbildung machen oder in den Integrationskurse gehen oder in irgendeiner Weise, in anderer Art und Weise von uns angesprochen werden, tatsächlich auch dabei bleiben und andere Angebote wahrnehmen können. Das ist eine Diskussion, wir sind da nicht am Ende, aber es gibt einige gute Ansatzpunkte, finde ich. Sie haben eine Antwort. Ja, noch eine Erdänzung, also Rheinland-Humroth-Landesnetzwerkstelle Alphabetisierung und Grundbildung in Sachsen-Anhalt. Es ist ja dann tatsächlich so, dass wir mit 23 Projekten hier im Land unterwegs sind und wir arbeiten anders. Wir arbeiten halt mittlerweile mit offenen Lernformaten, wir arbeiten in den Stadtteilen, wir arbeiten dezentral, wir machen Ausruf in der Bildungsarbeit. Wir sind sozusagen, wir gehen in die Betriebe, wir gehen in die Jobcenter. Also sozusagen, es ist ein völlig anderer Bildungsansatz. In den großen Städten ist es mittlerweile stadtteilorientiert, ich darf Braunschweig sagen, die kommt zwischen dem Braunschweig, die sozusagen mit Food Literacy, mit Family Literacy und so weiter, die vor allem oder auch Stadtteilgeschichte mit funktionalen Analphabeten angeht. Also die völlig andere, neue Bildungskonzepte auch in der Erwachsenenbildung umsetzt. Und ich muss einfach sagen, und auch Professor Zäuner hat ja auch noch an Professor Zäuner nachgewiesen, dass die Volkshochschulen in den vergangenen Jahren ja wesentlich niedrigschwelliger geworden sind. Also das ist ja einfach, die Volkshochschulen stellen sich ja diesen Vorwurf und sozusagen versuchen ja wirklich mit neuen Formen darauf einzubilden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Bildungsketten, von denen Sie ja selber auch sprechen, da eingreifen, sodass, wenn ich mir das Nervensystem vorstelle, von Nervenstrang, Synapse, nächster Nervenstrang, dass da nicht das Loch passiert. Also das dort sozusagen individualisiert natürlich, das weiß ich auch, das ist eine Vorortarbeit, da haben Sie völlig recht, aber das bedeutet ja auch umgekehrt, dort wo Probleme bestehen in der Vermittlung, wo die Arbeitsagentur tätig ist, wo die Jobcenter tätig sind, dass bei den Beratern klar wird, worin bestehen denn diese Defizite und wie gesagt, dann diese Verkettung zum Bildungsangebot kommt und nicht zu irgendeiner blöden weiterer Bewerbungsmaßnahme, sondern dass dann eben auch grundständig gearbeitet wird und wenn ich hier an Halle denke, Halle-Neustadt, Schule des zweiten Bildungswesens, dass man es denen nicht so unglaublich schwer macht mit ihrer Ausstattung, mit ihrer Arbeit und dass gegenüber denen, die vielleicht Interesse dran hätten, nicht auch noch die materiellen beziehungsweise die sozialen Bedingungen erschwert werden, indem eben dort auch mancher runtergefallen ist hinten, weil er eben Familie schon hatte, weil eben keine Finanzierung, also keine soziale Sicherung dann mehr gegeben wurde und demzufolge müsste man auch über die Frage des BAföG etc. reden, damit die Leute sagen, ja, wenn ich die Bedingungen hätte, wenn ich diese Finanzierung hätte, dann würde ich das ja auch machen. Also das wäre sicher in dem Zusammenhang mit einzuführen. Ich möchte da auch, Herr Ballott, Sie fragen, im Integrationsbereich, sehen Sie da auch Bedarf an neuen didaktischen Modellen? Also hier die Kollegin spricht von aufsuchender Bildungsarbeit, von gemeinwesenorientierter Bildungsarbeit. Das heißt, wir müssen rausgehen aus den Einrichtungen. Wir dürfen nicht warten, bis die Teilnehmer zu uns kommen, sondern wir müssen zunehmend mehr auch in die Offensive gehen. Wie sehen Sie das im Integrationsbereich? Brauchen wir da auch neue didaktische Modelle? Ja, auf jeden Fall. Als Fachdidaktiker fragen Sie an dieser Stelle dann wirklich den richtigen. Ich würde auch sagen, diese didaktische Orientierung brauchen wir im Gesamtbildungsbereich. Also von der frühkindlichen Betreuung, die häufig doch eher auch Personen überlassen wird, die jetzt auch nicht im höherpreisigen Gehaltssegment entsprechen, bis hin Grundschule, die ja auch noch benachteiligt ausgestattet sind, was die Mittel angeht. Wir brauchen eine stärkere Professionalisierung, will ich nicht sagen, aber eine stärkere Wertschätzung. Das hat dann natürlich auch etwas mit Lohnen, mit Ausbildungssystemen, mit Abschlüssen, mit all den Systemen, die wir aufgebaut haben, auf verschiedenen Ebenen zu tun, die wir auf den Prüfstand stellen müssen, ob wir uns das weiter so leisten wollen, ob wir nicht eine stärkere Aufwertung auch dadurch erreichen, dass eben die Personen, die in diesem Bereich tätig sind, auch in der Hochschule beispielsweise, Sie haben eben den Lehrauftrag einer Fachhochschule, hier sehe ich es bei den Kollegen, die auch in prekäre Verhältnisse entlassen werden, nachdem sie promoviert und habilitiert sind. Also da findet man ganz viele Ecken, an denen man auch über diese Wertschätzung kommen kann. Und dann natürlich nochmal zurück auf die Frage der Didaktisierung. Also wir müssen dieses Thema lebenslanges Lernen tatsächlich auch von den Institutionen, von den Personen herneu denken und jetzt sagen, das ist jetzt einfach eine Anforderung. Wir hatten es mal so als Schlagwort und das gibt es ja schon seit den 60er Jahren, das wird darauf hinauslaufen, nein, wir sind mitten drin. Und jetzt würde ich nochmal auf den Bereich, den ich dann wirklich gut überblicke, kommen, nämlich den der Lehrerbildung. Da haben wir auch die erste Ausbildungsphase, wir haben die zweite Ausbildungsphase und auch da gibt es eine Art Lehrerweiterbildung, die ist wieder getrennt organisiert, die aber im Prinzip auch an einem Erwachsenenbildungsmodell des Angebots, ich biete Angebote und ihr besucht euch danach, operiert. Auch da ist meines Erachtens genau dieser Schwenk nötig zu sagen, was sind denn jetzt die sinnvollen Angebote und was sind die Bedarfe, von denen wir wissen, dass es sie gibt, aber die werden gar nicht mit den Angeboten, die halt von Jahr zu Jahr weitergeführt werden, untersetzt. Also da würde ich an ganz vielen Stellen anfangen wollen, zu sagen, ja, wir brauchen eine stärkere Didaktisierung. Wie können wir da in Kooperation kommen mit Ihnen? Gibt es da Möglichkeiten? Gleich habe ich Ihnen, also wie können die Wissenschaft, die Hochschule mit den Volkshochschulen, mit den Trägern diese Frage auch diskutieren? Gibt es da Foren? Gibt es da Dialogformate, wo man das gemeinsam, so Ihre Impulse, die wir mit umsetzen können, gibt es da in Halle, in Sachsen-Anhalt entsprechende Formate, wo dieser Dialog geführt werden kann, zwischen Wissenschaft, Didaktik und Praxis? Oder ist das eine Aufgabe? Ja, Sie sprechen etwas an, was ein weites Feld ist, aber auch ein vermientes Gelände. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich niemandem schwarzen Peter zuschreiben möchte. Die Bildungslandschaft ist, wie sie ist, über den Föderalismus, über die verschiedenen kommunalen Ebenen und Bildungsebenen. Ich glaube, wir brauchen hier eine Plattform, auf der genau diese Fragen diskutiert werden. Sie hatten es doch eben so schön gesagt, dass in dem Positionspapier die Volkshochschulen gar nicht auftauchten. Also ganze Bildungsbereiche sind ausgeblendet, weil jeder auf seinen eigenen Bereich schaut, was ja auch nachvollziehbar und auch legitim ist. Wir brauchen hier eine Gesamtbildungssicht, die eben dieses lebenslange Lernen, weg von klassischen bildungsadministrativen Perspektiven, klassischen Schulperspektiven, klassischen Weiterbildungsperspektiven, mit freien Trägern, mit statischen Angeboten, nicht nur auf den Prüfstand, also wer prüfen stellt, sondern neu denken. Also wie muss ein Bildungssystem aufgebaut werden? Ein Viertel in den wirklich klassischen Bildungsinstitutionen verbracht werden, drei Viertel des Lebens individuelles und freies oder selbstständiges Lernen oder lebenslanges Lernen bildet. Und dieser Frage haben wir uns so zwar immer mal wieder diskursorisch vielleicht genähert, aber nicht institutionell und nicht auf genau dieser Plattform, die Sie gerade einfordern. Das müsste geschaffen werden. Also nicht nur eine Allianz und eine Bildungsinitiative, sondern ein Diskurs darüber, wie wir uns als Gesellschaft, als lernende Gesellschaft neu mit Institutionen und mit neuen Konzepten ausstatten wollen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Danke, wichtiges Signal an die Politik hat Jabi. Na gut, aber da muss ich dann anschließen. Also das widerspricht ja nicht. Wenn ich sage, ich rede von Allianz, von Bildungskonferenz auf nationaler Ebene, geht es ja darum, das auch genau zu machen, was Sie gerade fordern. Das heißt, die einzelnen Akteure zusammenzubringen, ja, mit einer Hausnummer, ganz genau am Ende, wie das finanziert wird, das ist klar. Aber das ist ja unser Schritt, das wollen wir. Und um die Frage zu beantworten, unterschiedliche Zielgruppen, neue Zielgruppen, dort haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass wir gesagt haben, Aufbau von Modellprojekten, wo man das wirklich vielfältige Aspekte berüstigt. Wenn wir sagen, neue Zielgruppen zu erreichen, es geht nicht nur um Männer, Frauen, Arbeitlosen, es geht auch um Teilzahlbeschäftigte, es geht um wirklich Menschen, die eine Lebensbiografie haben, die sehr, sehr gebrochen sind. Wie kann man die mit lebenslanger Lernen erreichen? Ich denke, ich bin auch ein parades Beispiel dafür, es ist promovierte Chemiker, arbeitslos geworden, unterschiedliche Bildungsmodule angenommen, dass ich dann irgendwann im Bildungsbereich angekommen bin, ohne dass ich als Chemiker arbeite. Und das ist für mich wirklich, das ist ein parades Beispiel, das empfehle ich auch vielen, die dann anfangen zu sagen, oh, das geht bei mir überhaupt nicht weiter. Ich sage, es geht weiter, wenn du willst. Es gibt in diesem Land so viel Potenziale, Bildungsangebote anzunehmen. Also langer Rente, was wir wollen, ist auch solche Modellprojekte zu entwickeln. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn wir solche Modellprojekte machen, dann heißt auch, wie eine Vorrednerin gesagt hat, dass wir auch sagen, man muss raus. Also zum Beispiel dieses Modell der Mehrgenerationenhäuser, die da sind. Ich habe in einem Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche gearbeitet. An allen diesen Orten passiert Bildung, findet Bildung statt. Dann erreichen wir auch neue Zielgruppen in diesem Zusammenhang. Deshalb stehe ich dazu, dass wir sagen, soziale Stadt, wir haben Forderungen, die da sind, wir haben Mehrgenerationenhäuser, die gefordert werden, wir haben Zentren, die gefordert werden. Dass man in diesen Einrichtungen auch dort Bildung als Schwerpunkt der Arbeit dort mit eintragen, dann erreichen wir auch neue Zielgruppen. Und das ist dann das, was mich umtreibt. Wie gelingt es uns, das nach vorne zu bringen, auch unter Berücksichtigung der Herausforderungen in ländlichen Räumen? Wir wissen ja, dass in Halle hast du eine Volkshochschule, aber in Mansfeld-Türharz oder was weiß ich, in Altmark, wenn wir von Sachsen-Anhalt reden, ich weiß jetzt nicht, wo die Volkshochschulen sind, wenn man dann von weit weg in Stendal gehen muss, vielleicht komme ich gar nicht dazu. Also wir müssen dann überlegen, wie gelingt es uns, den ländlichen Raum, um mit einzubeziehen, in unseren Überlegungen Bildung attraktiv zu machen, Bildung verfügbar zu machen für alle. Und das sind dann die Ideen, die da drinstehen, wenn ich sage, Aufbau von Modellprojekten. Vielen Dank. Von der Zeit her sind wir am Ende. Ich würde gerne eine letzte Runde noch machen, eine kurze Antwort von Ihnen. Und zwar für uns, für die Volkshochschulen, was empfehlen Sie den Volkshochschulen bildungspolitisch und auch inhaltlich für die nächsten zwei, drei Jahre? Wo müssten die Volkshochschulen sich stärker engagieren? Welchen Tipp hätten Sie? In welche Richtung geht es auch? Auch bildungspolitisch. Was müssen die Volkshochschulen stärker bildungspolitisch oder inhaltlich tun? Welchen Tipp würden Sie geben? Herr Ballott. Ich finde das unfair, dass Sie jetzt genau bei mir anfangen. Ich hätte gerne eine kurze Antwort. Also ein Tipp für die nächsten zwei, drei Jahre. Ein Tipp, den habe ich mir natürlich zurechtgelegt, weil ich erwartet habe, dass sowas kommt. Mein Tipp wäre, selbstbewusst aufzutreten. Also sich nicht auf die Rolle der Feuerwehr zurückzuziehen oder des Brandeindämmers, sondern jemand, der sich genau verantwortlich für das lebenslange Lernen zeichnet, von dem niemand sagen wird, es ist nicht nötig, und dann entsprechend Konzepte vorzulegen, wie das stattfinden kann. Danke. Herr Diaby. Ich würde mir wünschen, wenn die Volkshochschullandschaft das Thema Digitalisierung nicht vernachlässigt, dass man den Anschluss an die neue Bildungsmodule dieser Gesellschaft, die können wir nur meistern, wenn wir das Thema Digitalisierung allumfassend auch im Blick nehmen und das zum Thema zu machen für die weitere Arbeit. Danke. Frau Seewald. Ach so. Ja, ja, der Deutsche Volkshochschulverband, was wünschen Sie sich? Was wünschen? Und was brauchen Sie? Genau, ich wünsche mir, dass die Politik, die politisch Verantwortlichen, nicht die Politik, das ist ja Quatsch, so zu reden, sondern die politisch Verantwortlichen, die dann auch in Regierungsverantwortung sind, ihre guten Worte, die Sie jetzt im Wahlkampf für uns finden, auch umsetzen und mit entsprechend ausreichenden finanziellen Mitteln institutionell absichern. Danke. Das sage ich ernst, bitte. Dann von Sitte. Ja, also Wahlkampf ist am 24. September dann vorbei und dann kann es passieren, dass wir alle ein Loch fallen. Also ich nicht, aber deshalb ist es extrem notwendig, dass Sie in der Phase der Erstellung der Koalitionsvereinbarung, zwischen wem auch immer, irgendwie auftauchen, dass Sie sich gegenüber den Fraktionen im Bundestag bemerkbar machen und dass Sie auch versuchen, medial eine kleine Kampagne zu fahren, entweder über das Netz oder eben direkt gegenüber Journalisten. Weil ich sage hineins, wenn nicht irgendwo jemand auf der Matte steht, der genau in dieser Phase dort drängt und sich Verbündete sucht, dann findet es auch nicht wirklich in den nächsten vier Jahren statt. Dafür sind ja solche Koalitionsvereinbarungen da. Das ist eine gute Phase, das innerhalb des Oktober zu machen. Danke. Mein Tipp ist vielleicht, weiter für Weiterbildung zu werben. Gehen Sie raus, suchen Sie neue Formate, sprechen Sie die Leute direkt an, weil ich glaube, für viele ist es selbstverständlich, man lernt irgendwie in der Schule, macht dann sein Abitur, geht dann in den Beruf und das macht man dann sein Leben lang und kommt gar nicht auf die Idee, dass man sich noch weiterbilden muss, weil man ja denkt, man sitzt an seinem Arbeitsplatz und das mache ich dann bis man mal ins Leben endet. Das kann aber immer ganz schnell vorbei sein. Deswegen mein Tipp, wie gesagt, gehen Sie raus, werben Sie für Weiterbildung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es vielen gar nicht bewusst ist, wie schnell man sich irgendwie mal umorientieren muss und dann ist es eben wichtig, die richtigen Ansprechpartner zu finden und zu kennen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Wir sind angekommen. Vielen Dank vor allem an das Podium für Ihre Antworten, für Ihre Diskussion. Und wir haben, glaube ich, alle gesehen, dass Sie sprachen von einem Minenfeld. Es ist nicht nur ein Minenfeld, die Erwachsenenbildung, sondern auch noch eine Marginal. Ja, jetzt müssen wir uns noch stärker, was auch wieder deutlich wurde, wir müssen uns stärker in der Öffentlichkeit politisch auch durchsetzen. Wir müssen aktiver werden. Und wir haben wieder gesehen, die Weiterbildung haben wir oftmals gar keine Antworten. Und auch für uns selbstverständliche Fragen hat die Politik nur schwer eine Antwort. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für Ihr Kommen, für Ihr Ausharren, für Ihre Bereitschaft auch bis zum Ende dieses Weiterbildungskongresses auch da zu sein. Und ich wünsche Ihnen nicht nur ein schönes Wochenende, sondern vor allem auch eine erfolgreiche Erwachsenenbildung. Auch Ihnen, wie gesagt, nicht schlecht, sondern anders. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihr Kommen und ein schönes Verboten. Vielen Dank.